Das Weihnachtsspecial ist eine gemeinsame, hybride Vorweihnachtsfeier unter Mitwirkung von Soldatinnen und Soldaten aus den Einsatzräumen im In- und Ausland. Die 60-minütige Live-Veranstaltung mit virtuellen Schnittstellen ist den Soldatinnen, Soldaten und Zivilbediensteten gewidmet, die das Weihnachtsfest nicht in der üblichen Form zu Hause, sondern abseits ihrer Familien und Lieben im Einsatzraum feiern müssen. Dazu sind die Vorbereitungen bereits voll angelaufen. So werden aktuell Christbäume sowie auch allerlei traditionelle Weihnachtsspezialitäten wie Kekse und Weihnachtsstollen in die Einsatzräume versendet. Und natürlich werden auch Auslandskontingente auch im Zuge der laufenden Versorgungsflüge und Transporte versorgt. Die Proben mit Daniela Falli und Andreas Schager gemeinsam mit den Musikern der Gardemusik finden dazu bereits in den Räumlichkeiten der Gardemusik in der Wiener Maria Theresienkaserne statt. Das 60-minütige Weihnachtsspecial am 22. Dezember um 18 Uhr wird neben Grußworten vom Bundespräsident Alexander Van der Bellen auch Ansprachen von Verteidigungsministerin Claudia Tanner sowie von Generalstabschef Robert Brieger beinhalten. Moderiert wird die Feierlichkeit von Schauspielerin Christina Sprenger. Musikalisch umrahmt wird das Special von musikalischen Grüßen der Opernstars Daniela Falli und Andreas Schager gemeinsam mit Musikern der Gardemusik.